So, das ist der dritte von sieben Läufen über 200 Meter und in der Mitte von den fünf Athletinnen. Da, Sarah Lager, alles Gute jetzt für den Abschluss des ersten Tages bei ihrem Götzes Debüt. Sie läuft im Rennen der Jungstars mit der gerade mal 19-jährigen Morgan Lake, mit Nafisa Tutiam, die er führt in der Gesamtwertung. Die läuft außen, außen die Belgierin. Das Ziel von Sarah Lager wären 23,9, also knapp unter 24. Sie läuft hier super mit, Klujinova gewinnt den Lauf und Sarah Lager wird zweite noch vor der Gesamtführenden. Nafisa Tutiam, also ganz stark und auch Morgan Lake hat sie hinter sich gelassen. Jetzt siegt die Zeit, nicht ganz nach Wunsch, denn die Siegerin ist schon 24,4 gelaufen. Also hier Lager klar vor Fjodorowa Lake und Tiam. Also da sieht man schon, was die 16-jährige Kärntnerin an Teilleistungen erbringen kann. Dann Luchinova die Tschechin in 24,41 mit der nächsten persönlichen Bestleistung. Die ist toll in Form und hinter der Tschechin mit 24,85 Sarah Lager. Wind war quasi 0. Für Sarah Lager war das jetzt etwas unter dem, bzw. über dem, was sie sich gewünscht hätte.